Hallo, ich bin Thomas Nowak, Musikpädagogik, Kulturmanager und Referent beim Verband für christliche Popularmusik in Bayern. Ich sitze in der Vorbereitungsgruppe für Deutschland singt und arbeite mit daran, Deutschland singt an möglichst vielen Orten und mit möglichst verschiedenen Konzepten zum Laufen zu bringen. Gründe für Demos gibt es viele, für eine Danke-Demo häufig weniger. Umso wichtiger ist es, gerade auch in Pandemiezeiten, Danke zu sagen für Geschenke, die man nicht für möglich gehalten hätte. Für mich persönlich war die deutsche Einheit ein solches Geschenk. Darum, seid dabei, egal ob als Chor, als Musikensemble, als Einzelperson, auf dem Marktplatz oder dem Balkon oder sonst wo. Für jede Location gibt es ein Konzept. Darum, feiert mit und seid dabei, wenn es am 3. Oktober heißt, Deutschland singt.